Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich! Bernhard, hast du heute keinen Gegenstand mitgebracht? Mal mal, habe ich schon. Vorab folgenden Hinweise. Denkt doch einmal an ein Flugzeug. Hättet ihr jetzt wirklich gerade an eine Doppeldecke gedacht? Vielleicht auch etwas ganz anderes. Und so kommunizieren wir. Wir haben etwas im Kopf. Aber das, was wir sagen, ist nicht immer das Gleiche mit dem Bild, das wir im Kopf haben. Wir möchten vielleicht Doppeldecker sagen, die uns aber formulieren mit Flugzeugen. Aha, also etwas. Hast du uns hier einen Tipp? Mhm. Wenn das nächste Mal jemand etwas sagt, fragt doch einfach mal nach, was ihr wirklich damit meint. Und ihr werdet staunen, was ihr nachher sagt. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. 5-0-5-0-5-0-0. 7-0-5-0-4-0. 6-0-5-0.